Hallo, ich bin der Vinzenz. Ich komme aus Graz und wohne jetzt in Innsbruck. Ich bin Kunstturner und habe mich auf die Ringe spezialisiert. Ich habe jetzt in der Saison drei Weltcups gewonnen, bin EM-Finalist und bin Zweiter bei der Universiade vor zwei Jahren geworden. Ich habe in der zweiten Klasse Volksschule angefangen und seitdem trainiere ich und es spielt mein halbes Leben nur ums Turm. Die Ringe ist Perfektion. Es wirkt vielleicht nicht so, aber es sind unglaublich schwierige Kraftteile, die man möglichst einfach ausschauen lässt. Und dann, was noch ist, umso ruhiger, desto besser. Es sind die Positionen, wenn man sie anschaut, denkt man sich, so schwer ist es gar nicht. Aber dann, wenn man es mal selbst probiert, tut es nicht so einfach. Also ich trainiere sechs Tage die Woche, von Montag bis Samstag mindestens einmal am Tag, so zwischen dreieinhalb Stunden und vier Stunden, wenn ich eine Session mache. Und dann zwei- oder dreimal die Woche noch zusätzlich Krafttraining und Physiotherapie. Also du musst felsenfest von dir überzeugt sein und wissen, passt, ich kann das, ich packe an und schaffe das, dann klappt es auch. Wir sind eine sehr motivierte Turngruppe und selbst wenn es dir einmal nicht so gut geht, dann kommst du her und die anderen reißen die mit und dann sagst du, passt, so schlimm war es gar nicht. Das erste Ziel ist ganz klar, ich möchte ins WM-Finale, wir haben das Jahr Weltmeisterschaft im Oktober und ich möchte ins Finale und ich weiß, dass ich es kann. Und deswegen heißt es im Sommer durchackern und dann bin ich mir sicher, dass ich im Oktober mein Ziel erreichen kann. und dann bin ich mir sicher, dass ich es kann. Und dann bin ich mir sicher, dass ich es für mich nicht so gut geht, das ist ein Jahr新聞, wo ich denke, dass Du auf den Tag einsch relationell ist und wir sind, dass du da bist. Und dann bin ich dann einfach. Wo soll ich jetzt? Und dann bin ich mir hierzu, das nicht. Ich weiß, dass du dich dann hier für dichDS-und's, dass ich bin zu sehen. Erinnahmein, wirihrchen.